Willkommen zu unserem Review zur CryptoExchange Kraken. In diesem Video erfährst du das Wichtigste, was du über die Kryptobörse Kraken wissen musst. Wir betrachten die Möglichkeiten Geld einzuzahlen, die Gebühren der Exchange und unterstützten Kryptowährungen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Sicherheit, den Support und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform. Am Ende des Videos erfährst du, welche Erfahrungen unsere Community mit Kraken gemacht hat. Auf unserem YouTube-Kanal bieten wir dir noch viele weitere Tests und Tutorials. Außerdem versorgen wir dich regelmäßig mit News zu Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Kraken ist eine der ältesten und renommiertesten Kryptobörsen weltweit. Sie wurde 2011 gegründet und hat sich seitdem einen Namen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Transparenz gemacht. Kraken bietet eine große Auswahl an Kryptowährungen, darunter führende Coins wie Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple. Auch beliebte Altcoins wie beispielsweise Cardano, Dogecoin, Polkadot und Avalanche sind verfügbar. Kraken bietet zwei Oberflächen. Standard für einfache Käufe und Pro mit erweiterten Charting-Tools und Echtzeitdaten für Trader. Margin Trading erlaubt einen Hebel von bis zu 5x, im Futures-Bereich sogar bis zu 50x. Für fortgeschrittene Nutzer gibt es eine API zur Automatisierung von Orders. Kraken bietet außerdem OTC, Staking und eine mobile App für flexiblen Zugang. Kraken ermöglicht flexible Zahlungsmethoden zur Einzahlung von Fiat-Geld und den Kauf von Kryptowährungen. Europäische Kraken-Nutzer können gebührenfreie SEPA-Überweisungen in verschiedenen Fiat-Währungen nutzen. Der bequeme Kauf von Coins und Token ist auch per Visa und Mastercard möglich. Zusätzlich können Kryptowährungen direkt auf die Plattform übertragen werden. Die Gebühren bei Kraken hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die gewählte Zahlungsmethode und das Handelsvolumen. Für den Kauf von Kryptowährungen unterhalb einer bestimmten Mindestordergröße wird eine Gebühr von 3% erhoben. Auf Kraken Pro sind die Kosten jedoch günstiger und staffeln sich nach dem 30-Tage-Handelsvolumen. Die Plattform schützt Einlagen mit einer Kombination aus Cold Storage und Hot Wallets. Die Lagerung der Infrastruktur erfolgt in gesicherten Tresoren, die rund um die Uhr durch Wachen, Alarmsysteme und Videoüberwachung geschützt sind. Zusätzlich bietet Kraken fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung. Kraken bietet rund um die Uhr Support per E-Mail und Chat an. Die Chat-Funktion ist sowohl auf der Website als auch in der Kraken-App verfügbar. Für den E-Mail-Support könnt ihr das Kontaktformular auf der Website verwenden. Kommen wir zu den Erfahrungen unserer Nutzer. Kraken überzeugt mit einer Bewertung von 4,6 Sternen bei insgesamt 286 Nutzerberichten. Besonders geschätzt werden die schnellen Einzahlungen, die niedrigen Gebühren sowie die hohe Sicherheit. Wenn du einen detaillierten Blick auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte werfen möchtest, dann schau auf unserer Website vorbei. Und wenn du bereits selbst Erfahrungen mit Kraken gemacht hast, schreib sie gerne in die Kommentare unter diesem Video oder verfasse einen Erfahrungsbericht auf unserer Website. Wenn du direkt mit der Nutzung von Kraken starten möchtest, klicke einfach auf den eingeblendeten Link. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal!